Hören Sie gut zu, Günsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meiner Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Bannoptikum ausgestellt wird. Ich darf den Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günsche, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht... ... 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